Hey Leute und Willkommen zu der Folge 9 von A Way Out zusammen mit Micha. Hi! Moin moin! Wenn ihr die Folge 8 verpasst habt, dann habt ihr Michas Kanal noch nicht abgecheckt, denn da ist die Folge gekommen. Wir wechseln uns ja mal ab. Wir sind in seiner Folge hier zu dem Krankenhaus gestürmt und jetzt laufen wir ganz entspannt hier lang. Ja, weil deine Frau ein Kind bekommen hat oder bekommt. Ähm, ist interessant. Ich bin gespannt. Ich muss noch meine Kopfhörer reintun, merke ich gerade. Ich höre nämlich gar nichts. Aber ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Boah, heute habe ich... Ich rede einfach mal mit ein bisschen mit ihm. Ja, heute habe ich richtig Luxus, weißt du das? Wieso hast du richtig Luxus? Ich habe mein großes Headset ja, weil meine In-Hear-Kopfhörer ja nicht mehr so gut funktionieren. Und ich kann jetzt einfach meine In-Hear-Kopfhörer vom Monitor, also wo die Playstation überläuft, unter mein großes Headset packen. Dich so hören und gleichzeitig den Spielsound. Ist das nicht wahr? Ja, das ist ja genial. Ja. Warum soll ich die eigentlich alle anstrecken hier? Übrigens, ähm, seit Ewigkeiten. Ja, ich habe dir noch überlegt. Ähm. Du musst hier hin zu der Frau. Ich kann, ich kann die nicht nach... Komm mal her. Ja. Ich rufe dich gerade. Du musst fragen. Warum fragst du eigentlich andere Leute und nicht die an der Kassion? Ja, er ist 81. Ne, 89. Er weiß nicht, wie alt er ist. Er sagt 81 und sie sagt, ne, er ist 89. Warum gehst du nicht zur Kassion? Du willst doch deine Frau schnell finden. Ja, Leute, auf jeden Fall haben wir, äh, seit zwei Wochen wahrscheinlich nicht mehr aufgenommen, ungefähr. Wenn nicht sogar länger. Ich habe gerade gedacht, die hat so eine, so eine Star Trek Brille auf und dann hebt sie ihren Kopf. Und so, ach, da sind die Augen. Äh, meine Wrau hat nur ein Baby. Oh, gratuliere, Herr. Oh, gratuliere, Herr. Also, äh, welchen Weg zum Maternity Award? Just, ähm, take the elevator to the top floor and then follow the signs. Jo, ich renne schon mal vor. Jo, alles klar. Sag schöne Grüße. Äh. Was, da war Spiele spielen. Links, links. Was, Spiele spielen? Ja, geil. Das machen wir. Eine Runde. Ja, bevor wir zu deiner Frau gehen. Dem wir, der gewinnt. Vor allem, in meiner Folge machen wir immer so eine Scheiße. Und in deiner ist immer richtig viel, Arcton. Wie gewinnt man eigentlich? Ja, indem man vier in waagerechter oder senkrechter Reihe hat. Okay. Ja, okay. Ja, hier. Das sieht so scheiße aus. Oh, war gar nicht geil, dass du da hingelegt hast. Ja, gar nicht, ne? Ne. Aber es passt ja, dass ich blau bin, wie mein ganzes Kanal-Design. Alter, Leute, Leute, Alter. Was mach ich denn jetzt? Ich mach den hier rein. Och, Mann. Ist doch häselig. Das ist so geil. Die anderen lachen uns garantiert voll aus. Ja, die Zuschauer lachen uns auch voll aus. Was tun wir hier, Leute? Ähm... Jetzt überlegt der auch noch. Ähm... Hier mal rein. Nee, hier, wenn dann. Ich würde sagen, hier. Nee, hier, wenn dann. Ja, gewonnen! Ich hab gewonnen! Was? Es geht auch... Diagonal. Du hast gesagt, vertikal, oder? Oh, Mann. Er hat mich einfach betrogen. Hauptsache, der Aufzug ist immer noch offen, natürlich. Leo, komm hier! Ja, echt, immer muss ich auf dich warten. Hä? Warte! Was ist das für ein Spaß? Ähm... Alter, ich dachte, der hat uns erkannt, weil wir ausgeworfen sind. Er ist ein Polizist. Ich dachte, der hat uns erkannt, weil wir ausgeworfen sind. Ja. Legen wir den jetzt um, bestimmt. Ihr seht euch familiar. Hab ich ihn vorher gesehen? Nö, nö. Na, oh, das ist okay. Hm. Okay. Okay. Whatever. Ja, ich sag ja, den legen wir um. Ja, du legst den um. Ja, ja, ich weiß. Hab ich ja gesagt. Aber deine Gesichter sind so familiar. Ich bin sicher, dass ich dich irgendwo gesehen habe. Ja, komm. Wir machen Action in deinem Part. Hey. Ja? Fuck! Ich sag ja, ich mach's. Was, wenn jetzt einer reinguckt? Ich sag ja, problemgelöst. Also, ich find den Typen perfekt. Du brauchst Hilfe, Mann. Was? Ich mag nicht, dass es Risiken zu nehmen. Also, ohne Spaß. So blöd das jetzt klingen mag. Ich kann mich in vielen Sachen so mit diesem Charakter identifizieren. Das ist unglaublich. Als ob du es auch machst. Dankeschön. Ja, ja, ja. Oh, oh, ich fall. Hey, wie geht das? Wie geht das denn? Hey, du musst was ganz anderes machen als ich. Hä? Hä, was musst du denn machen? Du musst dich irgendwie mit einem Joystick balancieren. Hä? Du musst dich auch. Du musst dich auch. Aber ich versteh nicht, wie das funktioniert. Ich fahr die ganze Zeit um. Hä? Das macht gar keinen Sinn für mich gerade. Ja, ich geh einfach wieder. Oh, Mist. Aber fällt es immer nach hinten um. Meiner kippt immer nach vorne. Du fällst immer nach hinten. Ey, komm, den Schub zumal von der Leiter. Aber irgendwie sind welche verkehrt, oder? Hey, hier ist doch die. Ach so, hier ist doch eine Schwestern. Hallo. Wo ist meine Frau? Weiß ich gerade nicht. Jetzt singt er in meiner Folge, ey. Oh, die ist schon geil, Alter. Hey, Leo. Du kommst? Voll eine hyperaktive. Ständig im Kreis. Oh, ist die geil. Danke. Die wird dich so hart. Anklopfen kennt er nicht. Die hat dich eigentlich ja gar nicht gemacht. Oh. Hey, Carol. Du bist okay? Ich bin okay. Vincent, was machst du hier? Das ist, uh, Leo. It's nice to meet you, ma'am. Yeah. Uh, baby girl, huh? Uh, I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. Yeah. And, uh, congrats, by the way. Ciao. Was ist denn mit dir los? Ganz höflich. Ja, bei Weibern immer. Ich gehe erstmal zum Automaten. Okay. Perfekt. What the? Come on, you piece of shit. Meine haut in Automaten. Oh. Aww. She's so beautiful. She is. You know, I miss you. Vincent, please. I love you so much. I just have to finish this. You have to trust me. Carol. What do you want me to say? I just want you to trust me, okay? Things will be different. You keep saying that, but you're gonna get yourself killed. I can't live with that. I'm not gonna let that happen. I promise. You have to trust me, Carol. I'm not gonna let that happen. 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 He's dead, right? What are the K.O. I'm not dead, K.O. Yeah, I'm not dead, K.O. Yeah. Shit. Vincent, we need to get the hell out. The cops are here. No shooting. We're in the hospital. Okay, let's go. Go. Just go. Go. Oh yeah. Jetzt gibt's Action. Ich renne nach oben. Okay. Ja. Klar. Macht am meisten Sinn. Oh, ja. Oder kommen Polizisten. Nach oben macht immer Sinn. Dann kann man krassen Stunt machen. So. Jetzt bist du dran. Ja. Hier ist die Action jetzt in deinem Video. Ja, jetzt ist die Action Meier. Oh Gott. Stopp. Ja, ja. Was? Einmal wie so ein Zoom-Ringer. Nol. Er schon wieder? Nee, das ist ein anderer. Ja. Jetzt da runter. Ja, genau. Ja. Ja. Er will fliehen, oder? LOL. Oh shit. Das hat ja gut funktioniert. Ich muss weg. Als Sneaky-Typ. Wie du immer hinfällst. Hallo. Oh yeah. Oh yeah. Hi, ich fall hin. Das ganze Krankenhaus wird aufgemischt. Bitte nicht schießen, aber... Oh. Oh oh oh. Ich dachte immer, man muss da rechts sein, wenn jetzt die Tür ist. Oh. Shit. Hey. Is anybody in here? Better show yourself. Mario. You got anything? No. It's all clear. He. Er guckt einmal kurz rein. Alles klar. Und Raum hat keine engen Kanten. Nein. Die Frage ist wohl musig. Kann ich da... raus. Hinter ihm her. Im meisten Sinn. Warum? Das macht gar keinen Sinn. Das ist die Route, die am wenigsten vermutet wird. Hinter dem Polizisten her. Okay. Ja, oder? Ja. Hahaha. Hahaha. Ist der dumm. Das war ja richtig toll. Oh mein Gott. Hahaha. Hahaha. Ja, Andrew, sowas machen wir. Erstmal Gegendreten. Hahaha. Oh, durch eine OP. Alter, wir mischen das Krankenhaus erstmal auf. Hahaha. Hä? Will die auch nicht schießen? Ja, komm. Wahrscheinlich kriegt der andere die Tür nicht auf, oder? Hahaha. Er weiß auch nicht, wo ich bin. Hahaha. Ne. Hä? Kommst du jetzt auch hier durch? Haha. Offensichtlich bin ich genauso sneaky. Ne, bin ich nicht. Hahaha. Richtig sneaky. Hahaha. Hahaha. Wie er alle Türen versperrt. Mit einem Klappstuhl. Hahaha. Ja, nice. Ja. Das boxen. Oh. Sag. Ich darf tatsächlich boxen in einem Spiel. Ich muss tatsächlich viel kriegen. Dauer. Da kommt keiner mehr. Lauf. Ich kann nicht schneller werden. Den hab ich ja nicht mal gesessen. Du willst kämpfen? Ja. Lass uns kämpfen! Oh Gott. Oh Gott. Er ist da oben! Hm. Don't let ihn weg! Hahaha. Hahaha. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Meiner ist so geil einfach. Hahaha. Richtig brachial der Typ. Voll dein Leben. Ja, aber. Du triffst dich nicht. Ah, jetzt. Oh, ich kann mich echt. Also. Ich finde den Typen einfach nur geil. Oh Gott, das war. Das ist ja jetzt doof. Es ist doof. Batsch. Aber man muss es ja auch spannend machen. LOL. Hahaha. Ist der geil. LOL. Wieso ist es bei mir jeder... Hahaha. Du hattest doch gar kein Fight. Also ich hätte einfach einmal schießen können. Du hattest gar kein Fight noch. Du bist ein richtig sneaky Typ einfach. Oh Gott. Es ist irgendwie logisch, dass das Fenster ist. Sehr guter Weg. Ob das Fenster ist noch offen? Nee, ist es? LOL. Wie geil bist du denn? Ja, spring runter. Okay, ich mach's. Ja, nicht so springen. Ja, genau. Ja. Anstatt, dass du einmal weiter runterkletterst. Erstmal wieder ins Krankenhaus. Ach so, die Leiter hat da aufgehört. Warum? Meine Rennen und Box sich eh wieder. Hahaha. Ich sag ja. Ja. Das ist so geil. Ohhhh. Jetzt hast du auch noch ne Geisel. Dann schießen. Ey. Bitte schießt nicht. Schießt einfach die ganze Zeit. Hahaha. Hahaha. Mach keine Dummheiten hier. Hahaha. Die ganze Zeit schießen. Hahaha. Ich find das so geil. Hahaha. Hahaha. Ich find das so geil. Ich find das halt auch so geil, dass du... Alter, der Übergang ist ja lustig. Dass du dich noch nie geschlägert hast, sondern die ganze Zeit versuchst sneaky zu sein und meiner macht einfach alles platt, was geht. Ich find das so lustig. Ja, wahrscheinlich haben die dich nicht gesehen, oder? Wahrscheinlich sehen die dich immer. Auch nicht. Ich mach das voll taktisch. Ja, sag ich ja, und meiner macht einfach alles platt, was geht. Jeden Einzelnen. Die sich die Leute gar nicht angucken, die da sitzen. Ja, das ist schon neulich. Komm, komm, komm. Ja, erstmal rennen. Ja, das ist voll unauffällig. Und mal nach hinten, dass die nicht kommen. Einfach Tür zu. Ich sag, meiner hätte wieder alle platt gemacht. Jetzt will ich die Sprinten. Ja, sehr gut. Ja, super. Ich springe. Nice. Nice. So gut. Vor allem steht da auch noch ein Bullen. Weiter kommst du ja. Endlich wieder feind. Bist du schon? Hörst du nicht mit der Tür? Bist du dich mit der Tür? Nice. Oh. Oh, richtig gut. Du musst mir, glaube ich, helfen. Ach, nix da. Ich guck mir das an. So, ich muss dir helfen. Hä? Ja, ich muss mir helfen. Tschüss. Ja, die Waffen. Waffen? Der Wagen, hat er gesagt. Der Wagen, nicht die Waffen. Der Wagen. Die Waffen. Ah. Okay, ich fahr Auto. Ich kann das. Ja, ja, genau. Nice, ich komm wieder ins Gefängnis. Lol. Yo. Okay, jetzt hast du mir wirklich mal den Arsch gerettet. Also ich hab ja echt viel mehr verprügelt als du. Doch hab ich ihn dir nicht gerettet. Noch sitzt du da. Ich weiß, aber du machst es gerade. Ich hab viel mehr verprügelt als du. Aber jetzt. Yo. Yo. Ich hab auch jetzt wieder. Schnell fahr. Ja. Ich hab wieder in der Verfolgungsjagd. Bitte nicht. Offensichtlich schon. Aber du bist du als der krasse Fahrer. Ja, genau. richtig grün habe ich genau gesehen wie der fährt du das war geil die szenen da alles richtig aktion und lustig auch nur ich liebe die spiele was so ich ich bereue es gar nicht dass ich das gekauft habe das ist ein echt cooles spiel werden geladen nice ladebildschirme sind so geil aber jetzt geht es los aber nee oder ja kind of sure come on man you know i'm not a fan of heights don't worry emily is a great pilot was praktically board on the plane emily emily was eine frau und ein kind hey leo nice to meet you you too so you're a friend i guess yeah i hear you good pilot well i don't know about that but thanks okay emily does this thing fly what does it look like a fucking bike of course it flies where we going mexico mexico you gotta be kidding me that's way too far i'm not flying to mexico emily you know i always pay you good if you wanna go to mexico you gonna have to pay me way more than good we'll pay you double just take us there double huh you good for that vince yeah yeah where are you going where do you think mexico what what is that for a thats a double and direct flies come on harvey you have to believe me i'm telling you the truth i would never say anything Er! Haben wir den nicht verprügelt? Ja, und auf dem Dach. Ich hab ihn einfach auf dem Stuhl mitgenommen. Er kommt. Ich hab ihn. Hey, Juan. Wir brauchen mehr Menschen. Wie viele? Alle. Alle? Aber was passiert? Keine Frage. Oh, oh, wait! Was? Nein! Nein, nein! Oh, ha! Hey. Hier geht's. Hey, Vincent. Wo ist sichere Westen? Who is this Emily really? Don't even ask. You ready? Yeah, I just need to fill her up. Help me out. Sure. The gas tank is right over there. Yeah. What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah. But it's gonna be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. Eh, no thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hell no, Vincent. Are you crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. You just pull a cord. Right, Emily? Well, technically you're right. Come on. What do you say? Okay. I'd say fly. Yeah. Okay. 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 Oh shit. Alright, alright. I mean, how hard can it be, right? Don't worry. You'll figure it out. On your way down. Hey, that's not even funny. Relax. I'll show you the basics before we jump. Yeah, you're better. Are you being cocky now? What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. Alright. Sorry. That's just, it's, it's, it's coming with us. Just get it on the plane, okay? Got it. Is she just really fell over the bag? Guys, can you please find my logbook? Here, please. So. Logbook holen. That's what you're doing right now. Hangar door open. Here it is. I'll just skip down. Okay. Alright. Arcade-Spiel start. Nice. One round Dart, maybe? Gibt's that? Yeah, I've just seen a Dart-Scheibe. What can I do? Gibt's that? Oh, okay. Here. Ah. Pfeilwerfen. I'll do it. Fang schon mal an. Yeah, you have to do it. I think I'll do it. Not too bad. Wie wirft man? Er hat zwei. Okay. Das ist ein richtig großer Flugplatz hier, Alter. Bitte schön. Du hast drei Mal, ne? Ja, logisch. Man hat nur noch drei Pfeile. Und das haben sich. Absolut röp. Dammit. Dammit. Fünf. Ja, ja. Ja. Boah, das ist so hässlich. Boah, das ist so hässlich. Almost there. Gut, ich hab gewonnen. Hey, das ist ja richtig hässlich. Was ist dieses Arcade-Spiel hier? Weiß ich nicht. Was ist hier trainieren? Oh. Jetzt aber. Ich guck was das Arcade-Spiel für ein Spiel ist. Kannst du mal kurz machen. Hat man so beides. Ich muss ja jetzt für den krassen Endfight trainieren. Hä? Meiner macht nix. Ich glaub du musst aufhören. Sonst macht meiner nix. Ach, das müssen wir gegeneinander spielen. Ach so, ja. Oh, ich will die 10. Oh, das ist hart. Das kann ja nach Stunden dauern. Das ist tatsächlich hart. Also ich hab in der ersten Folge immer 10 hingekriegt. Aufgeben ist keine Option und du kannst gleich auch noch mal probieren. Oh. 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 Ja, dann komm ich eben zu dir. Komm ich helf dir. Ich hab das Ding eben. Ne, warte. Oh. Oh. Oh, daddy, go. Daddy, go. Daddy, go. Daddy, go. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's echt nicht hin. Oh. Neun. Okay. Du hast gesagt nicht gut genug. Okay. Ich bin gespannt, ob du das zopfst. Jung ist das schwierig. Eins. Zwei. 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 Vier. Fünf. Sechs. Ah. Sieben. Finger geht schon ab. Ah. 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 Jetzt wird's schwierig. Ah. Bin ich jetzt schon nicht hin. Ich krieg noch nicht mal neun hin. Ah. 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 Oh. Was ist das? Oh. Ah. Loll. Hä. Was war das? Ja. Was muss man da machen? Ah. In beide drüber kicken. Okay. Nein. Ah. Oh. Richtig einfach. Ah. Nein. ja ja, nein! Boah! Deiner jetzt! Oh! Oh! Ja! Aber wo der Böschet? So ne Scheiße hier! Die kriegst du nicht! Fick! Die Führe! Heya! Ich fühle nicht! Aber egal! Oh! Hallo? Behalt den! Nein! Wie immer so Ultra! Oh! Oh! Ich habe den Böschenscheat! Erst auf Pause drücken oder? Oh! Ich dachte der kommt zu mir! Hallo, direkt rüber gilt nicht. Direkt gilt nicht. Hallo? Ja, komm Matchball, ich fühle. Ja, nicht mehr lange. Ich sehe es. Das war richtig verrückt. Ja, was war das denn? Du bist nicht gesprungen. Okay, Leute, ich würde sagen, das war es von dieser heutigen Folge. Wir machen den Rest in der nächsten bei Micha. Vielleicht gibt es schon einen krassen Showdown. Vielleicht ist es schon das Final Battle, den Endkampf. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Schaut auf jeden Fall bei Micha vorbei, um den Endkampf eventuell nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, lass werden da. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.